Würmer kriechen, Frösche quaken, Schmetterlinge bunt. Wie den Summen kehrt dort rum, wenn dort im Wiesengrund. Margeriten, Glocken, Blumen, schau dort eine Kuh. Und wir alle mittendrin, du und du und du. Ab heut sind wir Natofagsschule. Wir freuen uns darauf. Nachdem bereits vor zwei Jahren die neue Mittelschule in Lengemfeld zur Naturpagsschule wurde, wurde nun auch die Volksschule Lengemfeld mit dem Prädikat Naturpagsschule ausgezeichnet. Sind wir Naturpagsschule? So freut man sich in Lengemfeld also nun doppelt über das Zusammenspiel der ansässigen Schulen und dem Naturpag Uztal. Welche sich gemeinsam mit dem Thema Natur im Öztal auseinandersetzen. Also am heutigen Tag haben wir einen ganz erfreulichen Anlass gefeiert. Und zwar ist unsere Volksschule die erste Naturpagsschule im Bezirk Himmst und im Öztal geworden. Neben der neuen Mittelschule Lengemfeld, die vor zwei Jahren dieses Prädikat bekommen hat, ist also heute der Augenblick, dass man eben mit der Volksschule Lengemfeld eine zweite Schule hier sozusagen hat. Und ich hoffe auch einen guten und, wie soll ich denn sagen, einen fruchtbaren Boden hat für weitere zukünftige Zusammenarbeit. Ich als Bürgermeister, sage einmal der Gemeinde Lengemfeld, müsste ich schon sagen, es freut mich. Es ist eine Ehre für unsere Gemeinde, so etwas zu haben. Weil wenn wir hören, oder in Tirol haben wir mittlerweile zehn Naturpagsschulen und davon zwei sind in Lengemfeld. Und ich glaube schön, dass das auch ein Zeichen ist für die Kinder, dass die auch die Verbundenheit mit der Natur haben und dass das auch sehr wichtig ist. Die Lebensweltschule ist ein Bereich, wo Kinder lernen, wo sie leben, wo sie auch Haltungen und Verhaltensweisen entwickeln. Und Pädagoginnen und Pädagogen prägen diese Haltungsweisen. Und das ist auch, wenn es um das Thema Umweltschutz geht, um Sensibilisierung für den achtsamen Umgang mit der Umwelt. Und hier kommt diesen Naturpagsschulen eine ganz wichtige Rolle zu bei der Erziehung, zur Nachhaltigkeit. Und auch dabei jungen Menschen, Kindern zu vermitteln, wie schön es ist, diesen Reichtum der Natur, wie wir es hier auch in Tirol haben, genießen zu können. Also wir beschäftigen uns ja schon lange und sehr viel mit dem Thema Naturpark. Wir leben ja in einem Naturpark und unter der Naturpark-Volksschule kann man sich eben vorstellen, dass man jetzt noch intensiver hinausgeht mit den Kindern, viele Projekte mit den Kindern gestaltet. Und wir als Naturpark-Volksschule haben müssen unsere Lehrziele umschreiben, um die mit dem Naturpark abzustimmen. Ja, wir haben ja den Naturpark Ötztal seit zehn Jahren etabliert. Es war damals ein Programm, das natürlich der Hinweis auf die faszinierende Ötztaler Landschaft zunächst war. Aber wo wir dann gesagt haben, wie können wir diesen Hinweis an unsere Gäste, an unsere Einheimischen, wo haben wir wissenschaftliche Anknüpfungspunkte, Stichwort Universitätszentrum Obergurgel, wie können wir das weitergeben. Und ein ganz besonderer Schwerpunkt war natürlich unsere nachwachsende Jugend, unsere Schüler für ihren unmittelbaren Naturraum auch zu begeistern. Und mit solchen Schulen, ich meine, über die Schulen wird ja länger schon auch Programm gemacht, aber eben über eine ausgewiesene Naturpark-Schule wird das besonders gut gelingen. Wir haben in der Schullandschaft ganz viele Schulen mit besonderen Schwerpunkten. Es gibt Schulen mit Musikschwerpunkt, mit Sportschwerpunkt, mit Informatikschwerpunkt. Ein besonderer Schwerpunkt natürlich der Schwerpunkt Natur, weil es einfach in Zeiten wie diesen ganz wichtig ist, dass Kinder sich vermehrt mit der Natur auseinandersetzen. Wenn man weiß, dass heute ganz vieles am Computer, am Bildschirm irgendwo abläuft, dann kann man es nicht hoch genug einschätzen, dass Kinder von der Volksschule wie jetzt bis hinauf ins Alter des Ausschulens sich intensiv mit Natur auseinandersetzen. Also für mich sind Naturpark-Schulen so eines der wichtigsten und effizientesten Bildungsinstrumente, die wir auf Naturpark-Ebene überhaupt haben. Es sind mittlerweile fast 10.000 Kinder, die in Naturpark-Schulen gehen. Und diese Kinder sind de facto Botschafter für die Zukunft zum Schutz dieser wunderbaren, schönen Landschaften, die wir in ganz Österreich haben. Die Kinder waren von Anfang an dabei, dass wir Naturpark-Volkschulen wären und auch in unseren Projekten. Sie freuen sich schon eigentlich eine Woche im Vorhinein, dass wir ein neues Projekt machen. Vor zwei Wochen waren wir die Bodentiere. Da haben sie dürfen mit Schaufeln in die Erde graben. Und die Kinder sind von Anfang an begeistert, wenn sie dürfen in der Natur sich bewegen, umeinander graben, in den Matsch greifen. Also die Kinder haben wir gar nicht müssen irgendwie motivieren. Die waren von Anfang an schon motiviert, weil es geheißen hat, Bodenprojekt, ihr dürft graben und das war's. Ab heute sind wir in der Naturpark-Volkschule, erforschen unsere Welt. Ab heute sind wir in der Naturpark-Volkschule, die V.S. Längenfeld.